Und ihr könnt mir jetzt Fragen stellen unter dem Hashtag FragAustrian Ihr müsst einfach in die Kommentare schreiben Hashtag FragAustrian und dann die Frage von euch Hallo und willkommen zu einer neuen Runde Skywars auf der Map Castle Skywars habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr gebracht auf meinem Kanal Und da dachte ich mal, ja Skywars muss auch mal wieder her, auch wenn die Bewertungen da nicht so gut sind Und was ich ansprechen wollte ist ein Thema Es geht um das Thema, ich werde wahrscheinlich eine FAQ machen Und da müsst ihr mir ein paar Fragen stellen Und ihr könnt mir jetzt Fragen stellen unter dem Hashtag FragAustrian Ihr müsst einfach in die Kommentare schreiben Hashtag FragAustrian und dann die Frage von euch So werde ich dann eure Fragen im FAQ dann beantworten wahrscheinlich Ich hoffe es werden ein paar Fragen kommen Und dann würde ich sagen, geht die Runde auch schon weiter Ich spiele auch übrigens mit Shader, mit dem Ultra-Sight Shader Ja, die ist auch ziemlich geil Äh, wo ist der Giener jetzt? Ich sehe ihn gerade nicht mehr Und Weil ich das meistens im ersten Ding schon angesprochen habe, gehe ich jetzt einfach in eine zweite Runde rein Eigentlich hätte ich jetzt kein Thema mehr anzusprechen Außer, dass ich vielleicht, also da wir jetzt 1800 Dominanten haben Könnt ihr mir gerne auch noch ein Special reinfallen, was ich machen sollte Wär auch ganz geil So, wie ihr wahrscheinlich schon merkt, bin ich eigentlich ein richtiger Skywars Nu Und deshalb werde ich auch wahrscheinlich keine Runde gewinnen Aber Um das geht es ja eigentlich nicht, so Zumindest ein Skywars Mit Knockback-Stick und jetzt hat er keinen Knockback-Stick mehr So Und das baut sich für zu uns Fack, ich habe ihn jetzt nicht geschaut Oh mein Gott, wie dumm Ich habe ihn noch runtergeschmissen Das ist der Move, Alter So, er schreibt Hacker Natürlich bin ich Hacker Natürlich weiß man bei mir Ich Hacker, ist doch klar Ich Enchant kurz nochmal auf Knockback und Schärfe, nice So, wir hauen den Typen jetzt auch gleich runter Und er kommt natürlich mit Eiern, Alter Lenkt sich Ach, ich bin der Eiermann Er leckt, nice Und fliegt runter Ja Leute, ich würde einfach sagen, das war's mit der Runde Das ist Skywars Und dann Sehen wir uns Beim nächsten Video wieder Und dann Schau bis zum nächsten Mal